Guten Morgen! Guten Morgen! Was darf es denn sein? Ich hätte gerne Brötchen. Können Sie mir empfehlen? Kann ich Ihnen empfehlen. Ich hätte helle Brötchen, ich hätte Hungerbrötchen, ich hätte Brezeln, ich hätte Käsebrötchen. Bitte schön. Was darf es denn da sein? Dann nehme ich ein Käsebrötchen. Ein Käsebrötchen. Wollen. So, bitte schön. Haben Sie noch einen Wunsch? Haben Sie Erfakt zum Trinken? Kaffee? Kaffee zum Mitnehmen oder hier trinken? Ja, das wäre gut. Eine Tasse Kaffee zum Mitnehmen. Eine Tasse Kaffee zum Mitnehmen. Hattest du sonst noch einen Wunsch? Nein, das ist alles. Danke schön. So, da bezahlen wir jetzt ein Käsebrötchen. Einen kleinen Kaffee zum Mitnehmen. Das wären 2,40 Euro bitte. Vielen Dank. Danke. 20 Euro. 17,60 Euro. Ich bedanke mich. Schönen Tag mal. Kaffee stelle ich hierher. No? Danke. Tschüss. Tschüss. 10,50 Euro. Die Kaffee. Das war ein Schmerzt. Ich habe einen Schmerzen. Es ist vor allem Schmerzt.